Moin Leute, ich bin hier heute mal wieder im Wald unterwegs, diesmal mit ein paar Leuten und ich weiß nicht ob man es hört, es fängt gerade an zu gewittern und ein bisschen zu regnen. Wir hatten keine Plane dabei, sondern nur eine Rettungsdecke und haben da trotzdem eine richtig geile Lösung gefunden, wie wir da jetzt uns einfach vor dem Regen ein bisschen schützen können. Einfach hier so ein bisschen was dran gespannt und damit sollten wir trocken bleiben auf jeden Fall. Das ist schon nicht verkehrt, da sitzt die Bande. Jetzt müssen wir erstmal den Regen abwarten und dann gucken wir, wie es weitergeht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik Ach Leon, da ist der erste Notfall. Komm, halt einfach deine Fressen. Wollen wir los jetzt? Oh, lass uns mal los. Obwohl, nee, jetzt essen wir erstmal. Sicher? Ja. So, ein bisschen was zum Abspülen? Nee, ist alles gut, brauchst nicht abspülen. Lass uns ein bisschen bluten jetzt noch. Dann geht der Dreck raus. Ich habe auch diese kleinen Wundauflagen. Kann ich die auch schön verbinden. Ich habe Taschentücher, warte. Ja, Taschentücher, holen wir mal. Ich habe es mir gedacht. Ich dachte, na, wenn ihr in die Richtung schützt, aber es geht besser. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gut verschwindet. Guckt euch das an. Er hat sich erstmal schön den Finger aufgesebelt. Aber so schlimm ist es gar nicht, oder? Zeig mal. Ja, so oberflächlich. Aber wir haben alles dabei. Wir können es verbinden. Das Messer ist auf jeden Fall zu empfehlen. Echt ein schönes Ding. Und schön scharf. Also, das möchte ich nicht leugnen. Ich glaube, 65 Euro bei Amazon. Schönes Ding, echt. Schön leicht. Kann man nur weiterempfehlen. Ich glaube, ich bin fertig mit Essen machen. So, jetzt gibt es erstmal lecker Hammer hier. Hammer, Hammer. Und dann ziehen wir auch bald schon weiter hier, Jungs. Jawohl. Ich bin da schon zweimal gegengelatscht. Oh nein, ich bin da schon eingefallen. Pega, vor allen Dingen machst du gerade meine ganze Beschichtung einfach voll kaputt. Das ist nicht zu viel. Das ist nicht zu viel Essen, oder? Keine Ahnung, wir hatten mal so eine Schallkruppe mit dir. Zeig mal her, warte mal du. Ja, mach mal du da, ich mach hier. Leon. Was denn? War wieder wieder sauber, Nigga. Ah, fuck, mein ganzes Bein ist eingepennt, Jungs. Ich kann gar nicht mehr gehen. Warte, mach. Ich drene, mach ich. Wasser hatten, genau. Alter, jetzt mal nicht da unten bleiben, könnte man. Der Spot sein ist egaler gewesen. Ja, ist doch aber auch chillig hier. Mit unserer Hütte. Boah, kommt, hat der mein Gott? Nein. Ich bin zu viel reich. 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 Musik Musik